einen wunderschönen guten tag und willkommen bei neustv heute haben wir euch haben wir für euch hier ein paar filmtipps beziehungsweise einen einen filmtipp und zwar meinem absoluten lieblingsfilm würden wir anfangen und zwar american psycho mary heron ist die regisseurin in der hauptrolle christian bale den wir alle aus batman kennen batman beginnt the dark knight spätestens seit dann in seiner meiner meinung nach besten rolle american psycho christian bale jared letto ist auch dabei ja was gibt es zu dem film zu sagen es handelt sich um die allgemeine fokussierung der menschheit wie sehr sie markenbezogen sind und wie sehr es darum geht etwas darzustellen ja mega geiler film kann ich euch allen nur ans herz legen mein absoluter lieblingsfilm ein fazit dafür mega mega einfach geht schönes detail was es denn heißt etwas zu sein scheint so müssen dass man nicht ist was super film